Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge aus der Reihe mit Fakten gegen Verschwörungstheorien. YouTuber Onomo7 hat mich gebeten, Stellung zu einigen Videos des YouTubers Dahlian04 zu nehmen und das werde ich hiermit tun. Es geht also um eine kritische Auseinandersetzung mit dem ersten Video, 9-11 Absurditäten Folge 1, Neu, Freifall 2018 des YouTubers Dahlian04. Sie können sich dieses Video hier über diesen Link ansehen. Ich werde jeweils Dahlian04 zu Wort kommen lassen und nehme anschließend Stellung zu den Aussagen. Allerdings in den ersten Minuten des Videos äußert Dahlian04 seine persönliche Meinung zur amerikanischen Außenpolitik. Da es aber hier nicht direkt um die Anschläge geht, werde ich die persönliche Meinung von Dahlian04 zur amerikanischen Außenpolitik nicht kommentieren. Nun aber los mit Dahlian04. Und ich behaupte, und damit bin ich wahrlich nicht alleine, der Fall ist überhaupt nicht aufgeklärt. Der größte Terroranschlag einer Zeiten, der Auslöser einer neuen historischen Epoche, ist überhaupt nicht aufgeklärt, geschweige denn untersucht worden. Okay, 9-11 sei also nicht untersucht worden. Das ist so nicht wahr, denn es gibt den 9-11 Commission Report, den Sie über diesen Link hier einsehen können. Hier wurden die Anschläge seitens einer von der Regierung gebildeten Kommission eingehend untersucht, bestehend jeweils gleichteilig aus Demokraten und Republikanern. Es gibt außerdem die FEMA- und NIST-Studien zum Einsturz der Türme. Die NIST-Studien zu World Trade Center 1 und 2 finden Sie hier über diesen Link, in einem PDF-Dokument. Zu World Trade Center 7, also Gebäude 7, finden Sie über diesen Link. Und den entsprechenden FEMA-Report finden Sie hier über diesen Link. Außerdem gibt es die Pentagon Building Performance Study. Das ist nicht frei verfügbar meines Wissens, aber über Amazon, über diesen Link, kann man dieses Buch hier käuflich erwerben. Außerdem gab es die größte Identifizierungsaktion, die jemals auf dem Planeten stattgefunden hat. Und es hat zahlreiche weitere Untersuchungen gegeben, nur eben nicht mit dem Ergebnis, das Dahlian 04 gerne hätte. Also 9-11 sei nicht untersucht worden, ist völliger Unsinn. Es gibt im Übrigen Dutzende von Dokus und Bücher zum Thema, die auch von unabhängigen Journalisten recherchiert wurden. Es gibt nicht nur die Untersuchungen von irgendwelchen Regierungsbehörden. Die Aussage von Dahlian 04 ist in jedem Fall falsch. Und weiter mit Dahlian 04. Wird der eine oder andere sagen, natürlich, doch, ist doch längst. Die US-Regierung musste damals dazu gedrängt werden, überhaupt eine Untersuchungskommission einzusetzen. Die dann keine war. So, eine Untersuchung, die dann keine war. Dahlian 04 meint offensichtlich die Untersuchung der 9-11-Commission. Sie dauerte vom 22. Dezember 2002 bis zum 21. August 2004, also etwa zwei Jahre. Das als keine Untersuchung zu bezeichnen, ist schon ziemlich merkwürdig. Die Untersuchung hat es gegeben, auch dann, wenn Dahlian 04 mit ihren Ergebnissen nicht zufrieden ist. Zur 9-11-Commission selber gibt es weitere Informationen hier zum Beispiel über diesen Link bei Wikipedia. Und den vollständigen Bericht finden Sie, wie schon zuvor erwähnt, über diesen Link als PDF-Dokument. Völlig frei verfügbar. Und weiter. Beweismittel wurden vernichtet. Kleines Beispiel. Die Stahlträger von den WTC-Türmern wurden verschifft und sofort eingeschmolzen. Das ist soweit richtig, aber erst nachdem sie von den Ingenieuren der Firma untersucht und freigegeben wurden. Es gibt etliche Dokus darüber, zum Beispiel 9-11-CSI-Ermittlungen am Ground Zero, in denen die Aufräumarbeiten und die Bedingungen, die dort geherrscht haben, dargestellt werden. Hier zum Beispiel verfügbar über diesen Link. Schauen wir doch einfach mal ab Minute 27.17 rein. Um die Aufräumarbeiten effizienter zu gestalten, teilten die Ermittler Ground Zero in vier Zonen auf. Jeden Tag trugen sie mehrere tausend Tonnen Trümmer ab. Jedes einzelne Teil wurde vor dem Abtransport geprüft. Wir waren jeden Tag in einem dieser Quadranten unterwegs, um Trümmer zu untersuchen. Wenn wir sie freigaben, wurden sie auf LKW verladen und nach Staten Island transportiert. In Staten Island hatten wir sozusagen einen zweiten Tatort. Dort durchkämmten hunderte Polizisten die Trümmer ein weiteres Mal. Okay, die Aussagen sind wohl sehr klar. Spurentragende Stahlträger wurden noch jahrelang im Hangar 17 auf dem JFK Airport gelagert und waren dort auch öffentlich zugänglich. Wenn man die Einsturzursachen der World Trade Center Türme untersuchen will, reicht es, wenn man die Stahlträger aus dem Einschlagbereich findet und untersucht. Der überwiegende Teil der Träger außerhalb der Einschlagszone trägt überhaupt keine Spuren des Einschlags oder des Feuers und wird daher auch nicht als Beweismittel herangezogen. Das ist schlicht nicht nötig. Deswegen kann man diese Stahlträger auch nach kurzer Begutachtung durch die Ingenieure der FEMA freigeben und dann werden sie eben verschifft nach Asien oder nach Indien oder sonst wohin. Weiter Medaille 04. Am Pentagon gab es eine Tatortzerstörung, indem man schnell die Sachen von dem Pentagon einsammelte. Das stimmt natürlich so auch nicht. Hierzu ein Zitat aus dem Buch Pentagon 9-11. Das finden Sie auf Seite 159 im zweiten Absatz. Hier ist das original englische Zitat. Ich werde Ihnen das allerdings ins Deutsche übersetzen. Als das Feuer tobte, ermittelten FBI-Beamte Gitterzonen und formten eine Linie von Arlington-Polizeibeamten, militärischem Personal und anderen, um Schulter an Schulter auf dem Rasen der westlichen Seite entlang zu laufen, um nach Resten des Flugzeugs zu suchen. Sich fernhaltend von den Rettungs- und Feuerbekämpfungsmaßnahmen haben die Agenten dann Teile des Flugzeugs und persönliche Gegenstände identifiziert, fotografiert, entfernt und eingetütet. Obwohl sich viel von dem Flugzeug innerhalb des Pentagons zerlegte, fanden die Sucher viele Scraps, das ist ein Wort, was ich nicht übersetzen konnte, und einige persönliche Gegenstände weit verstreut über dem Gras und dem Heliport. Flugzeugreste variierten von halb Dollar Größe bis zu einem Fuß lang. Es handelt sich also nicht, wie Sie eben gehört haben, um eine Tatortzerstörung, sondern hier waren FBI-Beamte, Polizeibeamte, militärisches Personal und so weiter unterwegs, um die Beweismittel einzusammeln, einzutüten, zu katalogisieren und so weiter. Das FBI hat Trümmerteile von Flug 77 zusammen mit Fachleuten, das NTSB, also das National Transport and Safety Board, über mehrere Wochen akribisch eingesammelt und gesichert. Und unter anderem wurde hier auch der Flugdatenschreiber gefunden, übrigens von Bauingenieur Ellen Kilsheimer. Über den sichergestellten Flugdatenschreiber wiederum konnte zum Beispiel die exakte Flugroute ermittelt werden. Fazit, die Trümmer wurden nicht einfach weggeschafft, sondern als Beweismittel gesichert. Weiter mit Dahlia 04. 9-11 ist die Achillesferse unserer Geschichte. Deswegen nochmal diese 21 Folgen. Denn wenn das nicht aufgeklärt ist und wir einfach so andere Länder bombardieren. Wen meint Dahlia 04 mit wir? Deutschland? Also ich kann mich nicht erinnern, dass deutsche Soldaten nach den Anschlägen des 11. September irgendwelche Länder bombardiert hätten. Und das war ja hier die Behauptung. Vielleicht weiß Dahlia 04 da ja mehr. Also bitte klären Sie mich mal auf. Ich kann mich hingegen noch sehr gut erinnern, dass der damalige Kanzler Schröder den Kriegsplänen der USA eine Absage erteilt hat. Insbesondere als es um die Angriffe gegen den Irak ging, der überhaupt nichts mit 9-11 zu tun hatte. Vor allem aber stört mich diese irreführende Formulierung einfach so hier in dieser Aussage. Hat Dahlia 04 möglicherweise vergessen, dass in den Jahren vor dem Anschlag es bereits einen ersten Bombenanschlag, nämlich 1993, auf den Nordturm gegeben hat? Dass Moslem-Extremisten der Al-Qaida Bombenanschläge auf die amerikanischen Botschaften in Kenia und Tansania verübt haben, bei denen zahlreiche Menschen getötet wurden? Dass ein Al-Qaida-Terrorist einen Bombenanschlag auf das Kriegsschiff USS Cole durchgeführt hatte, bei dem 17 Soldaten starben? Dass Bin Laden bei der Gründung Al-Qaidas in einer Fatwa jeden Moslem dazu aufgerufen hat, Amerikaner zu töten? Ganz gleich, ob Zivilist oder Soldat? Also ich finde schon, dass man da durchaus mal auf die Idee kommen kann, sich aktiv zu wehren. Von einfach so jedenfalls kann keine Rede sein. Weiter mit Dahlia 04 Nö, die USA hätten gerne, dass wir innerhalb der NATO unseren Verpflichtungen nachkommen und unser Militärbudget auf etwa 2% des Bruttoinlandsproduktes anheben. Das hat die deutsche Regierung selbst unter dem massiven Druck Donald Trumps bis heute nicht getan. Aber wer weiß, vielleicht kommt das ja noch. Und weiter. Und zwar Thema Freifallgeschwindigkeit. Hier haben wir WTC1, den Nordturm. Der wurde nach offizieller Darstellung am 11. September um 8.46 Uhr und 33 Sekunden getroffen in den Stockwerken 93 bis 99. Also ungefähr hier. WTC1, 417 Meter hoch, hatte insgesamt 110 Stockwerke. Das bedeutete, dass das obere 1 Sechstel, also ungefähr 100.000 Tonnen, beschädigt waren. Das bedeutete aber auch, und das ist jetzt wichtig, dass 5 Sechstel des Gebäudes, also ungefähr 500.000 Tonnen Material, Stahl, Beton, Marmorböden, Gipswände, Büromaterial etc. pp. unzerstört waren. Und jetzt würde ich Sie dann eben fragen. Was ist schneller? Der Klotz hier, der über diesen großen, unzerstörten Klotz schwebt, oder der Klotz, der über Luft schwebt? Muss ich darauf wirklich antworten? Okay, der Klotz, der über der Luft schwebt, natürlich ist der schneller. Wenn ich beide loslassen würde, was ich nicht tue, weil hier ein Glastisch ist, dann würde sicherlich, wenn Sie gesunden Menschenverstand anwenden, Logik und ein physikalisches Gesetz, nämlich das Impulserhaltungsgesetz, oder den Impulserhaltungssatz, dann würde sicherlich, auch nach Ihrer Meinung, dieser Klotz zuerst runterfallen. Der wäre zuerst unten. Und der würde verlangsamt werden oder eben gar nicht unten ankommen. Was soll das jetzt mit dem Impulserhaltungssatz? Also ich würde Newtons Fallgesetz anwenden und könnte damit ausrechnen, wie lange der Klotz nach unten braucht. Mal ganz ehrlich, ich habe nun wirklich so gut wie keine Ahnung von Physik, aber schon jetzt habe ich den Verdacht, dass Dahlian 04 noch weniger davon versteht als ich. Aber gut, wollen wir nicht allzu pingelig sein, weiter mit Dahlian 04. Die offizielle Theorie aber will uns weismachen. Nein, beide Klötze kommen gleichzeitig an. Und zwar an der Geschwindigkeit. Nein, das ist falsch. Schon auf den Videos ist zu sehen, dass die Trümmer der zusammenbrechenden Türme deutlich eher unten ankommen als die Türme selbst. Die Türme World Trade Center 1 und 2 stürzen nicht mit Freifallgeschwindigkeit ein. Das kann man zum Beispiel hier über diesen Link auf YouTube, der den Einsturz des Nordturms zeigt, sehr gut sehen. Man sieht hier übrigens auch, dass einige Säulen des inneren Kerns noch für Sekunden stehen bleiben. Das ist insofern wichtig, weil ja Verschwörungstheoretiker behaupten, dass das World Trade Center kontrolliert gesprengt wurde, insbesondere, dass innen im Kern Sprengladungen angebracht wurden. Wie kann das dann sein, dass dann noch Säulen im inneren Kern stehen bleiben? Schauen wir uns das Video einfach mal kurz an. Damit haben wir also gesehen, dass die Trümmer tatsächlich schneller unten ankommen als der Turm selbst. Und bei World Trade Center 7 wiederum wird der Einsturz vom NIST in drei Phasen eingeteilt. In der ersten Phase ist der Einsturz noch langsamer als Fallgeschwindigkeit. In der zweiten Phase wird die Fallgeschwindigkeit erreicht und für etwa 2,5 Sekunden gehalten. Und in der dritten Phase verlangsamt sich der Einsturz wieder etwas. Zur Freifallgeschwindigkeit macht das NIST in seinem Final Report on the Collapse of World Trade Center Building 7 auf Seite 45 oben folgende Aussagen. Daher war die durchschnittliche Zeit für den Einsturz der oberen 18 Stockwerke basierend auf Videobeweisen ungefähr 40% länger als die berechnete Freifallzeit. Wir können also auch hier in dieser Phase zumindest nicht von Freifallgeschwindigkeit sprechen. Sie können sich das anschauen hier über diesen Link. Und weiter. In der Geschwindigkeit nämlich stürzte der WTC1-Turm und auch die anderen beiden Türme in ihr eigenes Fundament. So, die World Trade Center Türme stürzen in Freifallgeschwindigkeit in ihr eigenes Fundament. Hm, dazu sage ich gleich zweimal Nein. Nochmal, es ist auf den Videos klar zu sehen, dass der Einsturz von World Trade Center 1, also dem Nordturm, und World Trade Center 2, dem Südturm, keine Freifallgeschwindigkeit erreicht. Schauen wir es uns einfach nochmal an, hier über diesen Link. Und dann sehen wir auch nochmal, dass die Trümmer schneller unten ankommen als der Turm selbst. Okay, und der zweite Punkt ist, dass die Türme auch nicht in ihr Fundament einstürzen. Dazu gibt es übrigens zahlreiche Fotos, wo man das nachvollziehen kann. Hier zum Beispiel eine Schema-Zeichnung in einem FEMA-Report und unter Wikipedia finden Sie auch ein entsprechendes Foto. Schauen wir es uns mal kurz an. Hier die Schema-Zeichnung aus dem FEMA-Report. Sie sehen hier, die hellbraun markierte Fläche ist die Fläche der Ausbreitung der Trümmer des World Trade Centers. Und hier haben wir mit World Trade Center Turm 1 und 2 die jeweiligen Grundrisse der Türme. Und hier sind ein paar Umkreise eingezeichnet. Sie sehen, dieser äußere Umkreis geht sogar über die Straße hier hinaus bis zum Wintergarten auf dieser Seite. Und Sie sehen hier die Beschriftung Exterior Columns. Das heißt, an diesen Stellen, hier am äußeren Rand, wurden noch Stahlträger von der Gebäudeaußenseite gefunden. Und damit kann wohl keine Rede davon sein, dass die Türme in ihr eigenes Fundament zusammengestürzt sind. Nein, die Trümmerteile haben sich über den gesamten Platz des World Trade Centers hier verteilt. Das zweite Foto ist das, was Sie hier über Wikipedia sehen können. Und hier sind auch die Grundrisse der jeweiligen Türme eingezeichnet. Und Sie sehen, dass auch hier tatsächlich die Trümmerlandschaft sich über den ganzen Platz hier über die Straße hinweg ausbreitet. Auf jeden Fall sind Sie nicht beschränkt auf die Grundrisse der Türme. Das ist einfach nicht wahr. Weiter Medaille 04. Der WTC1-Turm, der Nordturm, laut offizieller Darstellung, in 11 Sekunden, in absolutem Freifall wären es 9,2 Sekunden gewesen. Ups, hat der Sprecher sich da gerade selbst widerlegt? Dahlia 04 hat doch gerade selbst gesagt, dass die offizielle Version nicht von Freifallgeschwindigkeit ausgeht, weil der Einsturz dann ja nur 9,2 Sekunden gedauert hätte. Aber gut, wenn Dahlia 04 anfängt, sich selbst zu widerlegen, dann brauche ich mir ja die Arbeit nicht mehr zu machen. Und weiter. Eine Universität hat immer ausgerechnet, dass dieser obere Block ungefähr anderthalb Minuten hätte gebraucht, um sich nach unten durchzuarbeiten. Anderthalb Minuten und nicht 11 Sekunden. Eine Universität hat einmal ausgerechnet. Hm, welche denn? Wo kann ich das nachlesen? Ohne Quellenangaben ist eine solche Aussage erstmal nur eine Behauptung. Das kann ich jetzt glauben oder auch nicht. Ich will aber nicht glauben, ich will wissen. Und vor allem möchte ich nachlesen können, was diese Universität denn wirklich ausgerechnet hat. Denn Ihnen, Dahlia 04, glaube ich nicht, dass die Universität das ausgerechnet hat, was Sie behaupten. Aber mal abgesehen davon, wenn die Universität ausgerechnet hat, dass die oberen Stockwerke über eine Minute brauchen würden, um den Turm von oben nach unten zu durchschlagen, dann geht die Uni doch davon aus, dass der obere Block tatsächlich bis zum Boden durchkommt. Damit widerspricht eben diese Universität offensichtlich Ihrer falschen Vorstellung, dass der obere Block nach ungefährem Zurücklegen der eigenen Höhe hätte zum Stillstand kommen müssen. Da Ihnen das vermutlich überhaupt nicht aufgefallen ist, weise ich Sie gerne darauf hin. Und weiter. Warum ist das so? Das hat mit Physik zu tun mit dem Impulserhaltungssatz. Das bedeutet, grob ausgedrückt, die Gesamtenergie in einem geschlossenen System wird immer gleich. Nein, der Impulserhaltungssatz bedeutet, wie der Name schon sagt, dass der Impuls erhalten bleibt. Dass in einem geschlossenen System die Energie erhalten bleibt, besagt der Energieerhaltungssatz. Impuls und Energie sind aber zwei verschiedene Paar Stiefel. Also nicht verwechseln. Ich habe hier mal was aufgezeichnet. Hier haben wir die Gesamtenergie. Die Verformung bzw. Zerstörung nimmt zu mit abnehmender Geschwindigkeit. Das heißt, ein Teil der Geschwindigkeitsenergie wird benötigt, um die Verformung bzw. Zerstörung durchzuführen. Oder anders ausgedrückt, populärer ausgedrückt, Masse verlangsamt. Masse hat einen dämpfenden Effekt. Ja genau, Masse hat einen dämpfenden Effekt. Das sieht man auch auf den Videos der Einstürze. Die einstürzenden Stockwerke kommen später unten an, als die tatsächlich an den Seiten frei herunterfallenden Trümmer. In der Tat bremst die darunterliegende Gebäudestruktur die herabstürzenden Massen, also sprich den Impaktor. Daraus könnte man fälschlicherweise schließen, dass der Impaktor irgendwann auf Null abgebremst werden müsste. Aber das ist nicht der Fall, denn die Türme waren ja nicht durchgängig massiv, sondern bestanden vor allem aus Luft. In dem Buch Debunking 9-11 Miss, hier die ISBN-Nummer, finden wir auf Seite 30 die Aussage, dass die durchschnittliche Dichte eines Turms geringer ist als die von Balsaholz. Das liegt einfach an den weitflächigen Büroräumen und eben an der Leichtbauweise der Türme. Der Impaktor wird für Sekundenbruchteile beim Aufschlag auf eine Zwischendecke natürlich verlangsamt. Dann aber nimmt er über mindestens 2 Meter bis zur nächsten Zwischendecke wieder Fahrt auf und ist dort beim Auftreffen noch schneller, als er bei der vorherigen Zwischendecke war. Da jetzt aber die durchgeschlagene Decke mitfällt, vergrößert sich die Masse des Impaktors noch. Die Kettenreaktion stoppt erst dann, wenn der Impaktor auf dem durchgängig massiven Boden auftrifft. Nun gibt es einige Schlaumeier, die vertreten aber die Ansicht, nein, nein, die offizielle Darstellung ist richtig. Und zwar dauerte der Einsturz nämlich viel länger. Nicht 11 Sekunden, sondern 15 Sekunden oder 20, 25, 30 Sekunden behaupten sie sogar. Erstens, damit sind diese Menschen selbst Verschwörungstheoretiker. Wohl kaum. Das Einsturzgeschehen begann schon lange vor dem sichtbaren Kollaps. Das beweisen sogar Anrufe der über der Einschlagszone eingeschlossenen Menschen bei der Notrufnummer 911. Einige Menschen berichteten von einstürzenden Treppenhäusern und Wänden im Gebäudeinneren. Will Dahlian 04 diese Menschen auch als Verschwörungstheoretiker darstellen oder ignoriert er diese Zeugen einfach nur? Aber ich will Dahlian 04 nichts Böses unterstellen. Ich gehe einfach mal davon aus, dass er diese Zeugenaussagen nicht kennt. Und deshalb möchte ich hier einige vorführen. Im Buch 11. September Geschichte eines Terrorangriffs werden einige Protokolle der Notrufzentrale der Feuerwehr veröffentlicht. Hier zum Beispiel auf Seite 118 geht es um den Nordturm. Um 8.56, 57 ist ein Anruf eingegangen und ein weiblicher Anrufer vom 47. Stock meldet, Gebäude wackelt, sie riecht Gas. Um 8.59, männlicher Anrufer, das 86. Stockwerk bricht zusammen. Und diese Anrufe waren etliche Minuten vor dem eigentlichen Einsturz. Und das sind doch ziemlich deutliche Aussagen, die klar darauf schließen lassen, dass das Einsturzgeschehen lange vor dem tatsächlichen Kollaps begann. Aber es gibt natürlich auch entsprechende Zeugenaussagen bezüglich des Südturms. Zum Beispiel im selben Buch lesen wir auf Seite 125 folgendes. Um 9.17, 39 Sekunden, männlicher Anrufer meldet aus dem 105. Stock Treppenstürzen ein. Und auf Seite 133 lesen wir, 9.47 und 15 Sekunden, weiblicher Anrufer aus dem 105. Stock von Tower 2 meldet, dass das Stockwerk unter ihr zusammenbricht. Und um 9.55, das zweite World Trade Center, 106. Stock und 105. Stock brechen ein. Das sind sehr klare Aussagen, finden Sie nicht? Weiter Medaille 04. Zweitens, was ist denn das für eine Forschung? Denn diese Menschen selbst sagen, ja wir haben YouTube-Videos gesehen. Und da sieht man, dass Teile seitlich runterfallen und es sind ja schneller unten als der eigentliche Turm. Nicht viel schneller, aber schneller. Und außerdem haben wir die Zeit genommen. Solange das rumpelte, war wahrscheinlich die Einsturzzeit. Und das waren so um die 20 Sekunden. Ist das Forschung? Ein YouTube-Video sehen und die Zeit stoppen? Nein? Vielleicht nicht, vielleicht aber doch. Wenn der Einsturz gezeigt wird, dann lässt sich aus Beginn und Ende, sofern das zu sehen ist, per Stoppuhr die Einsturzdauer ermitteln. Wenn man die entsprechenden Gebäudemaße kennt und den Blickwinkel korrekt einbezogen hat, lässt sich daraus die Einsturzgeschwindigkeit bestimmen. Durchaus. Dann vergleicht man das Ergebnis mit den Werten, die sich aus anderen Videos ergeben. Da Messungen immer eine gewisse Ungenauigkeit inne wohnt, wird man aus den verschiedenen Messwerten so etwas wie einen Mittelwert bilden wollen. Was dann natürlich zum offiziellen Wert wird. Man versucht sozusagen einen Konsensus herzustellen. Ob der Begriff Forschung in dem Zusammenhang glücklich gewählt ist oder nicht, darüber kann man sich sicherlich streiten. Ich würde es eher angewandte Physik nennen. Und wieder weiter. Und drittens, wie gesagt, eine Universität hatte ausgerechnet. Es hätte mindestens anderthalb Minuten gebraucht. Wieder dieselbe Behauptung wie vorher und wieder ohne Quellenangabe. Am NIST Report von World Trade Center 7 haben unter anderem folgende Universitäten und Hochschulen mitgewirkt. Die University of Maryland, vertreten durch den emeritierten Professor John Bryan, das John Jay College of Criminal Justice, vertreten durch Professor Glenn Corbett, die University of Michigan, vertreten durch den emeritierten Professor Robert Hansen, die University of California at San Diego, vertreten durch Foreman Williams, den Direktor des Center for Energy Research. Also Dahlia 04. Meinen Sie, dass die Professoren dieser Unis weniger klug sind als die der von Ihnen nicht genannten Universität? Und hiermit enden die Ausführungen von Dahlia 04 und damit natürlich auch meine Stellungnahmen. Suche eine Ursache. Musik Musik Vielen Dank.